Hallo, in diesem Video geht es um Mozilla Thunderbird und wie sie ihre E-Mails richtig bzw. komplett löschen können. Denn da entspricht der Löschen-Button nicht dem wirklichen Löschen der E-Mail, sondern eher was anderem, aber dazu komme ich gleich. Zur Einführung ganz kurz, Mozilla Thunderbird nutzt wie auch viele andere E-Mail-Clients das M-Box-Format zum Abspeichern der E-Mails. M-Box kann man übersetzen aus dem Englischen mit Mailbox, kommt auch daher. Und dieses Format nutzen eben viele E-Mail-Programme für die ganzen E-Mails. So, ich gehe jetzt einfach mal in den Thunderbird rein und suche mir eine E-Mail aus, die ich löschen möchte. Zum Beispiel die hier, die brauche ich jetzt nicht mehr und mache das entweder via Rechtsklick hier unten dann auf Löschen oder ich klicke hier rechts im Fenster auf den Löschen-Button. Okay, das mache ich jetzt auch mal. Ich klicke auf Löschen und visuell ist die E-Mail jetzt auch gelöscht worden. In Wirklichkeit ist sie noch vorhanden und zwar in der entsprechenden M-Box-Datei von Thunderbird des E-Mail-Accounts. Und da bleibt sie jetzt auch, bis eine entsprechende Aktion durchgeführt wird. Aber was ist da eigentlich genau passiert? Warum meint Thunderbird jetzt mir diese E-Mail nicht mehr anzeigen zu müssen? Zum einen, klar, wir haben auf den Löschen-Button geklickt, wir wollen diese E-Mail nicht mehr. Zum anderen ist sie aber eigentlich gar nicht wirklich gelöscht worden. Wie ist jetzt da der Stand der Dinge? Das ist ganz einfach. Thunderbird hat einfach der E-Mail gesagt, hey, ich will dich nicht mehr angezeigt haben, also mach dich mal unsichtbar. In Wirklichkeit ist die Datei aber eben noch vorhanden, nur nicht sichtbar und zwar in der M-Box-Datei. Und da bleibt sie so lange, bis eben diese Aktion, diese Optimierung, diese Komprimierung ausgeführt wird. Und das wird Thunderbird auch automatisch machen, sobald eben ein bestimmtes Level erreicht worden ist. Oder wir können das Ganze auch manuell machen. Wie ist ganz einfach? Rechtsklick auf dem entsprechenden Posteingang. Da gibt es einen Button, der heißt Komprimieren. Das gibt es bei jedem Posteingang, wenn ich das hier zum Beispiel mache. Da kann ich auch den Komprimieren-Punkt auswählen. Denn, wie gesagt, gibt es überall. Rechtsklick Komprimieren. Und wenn ich da draufklicke, dann wird Thunderbird in dem Fall die M-Box-Datei optimieren. Und diese Optimierung, diese Komprimierung, je nachdem, wie man das da bezeichnen möchte, denn im Prinzip ist es dasselbe, löscht jetzt in dem Fall diese überflüssigen Dateien. Unter anderem eben auch diese als unsichtbar markierten E-Mails, die wir ja eigentlich gelöscht haben. Und jetzt auch werden. Denn durch diese Komprimierung wird eben das Ganze auch gemacht. Sollten Sie natürlich jetzt viele E-Mails in Ihrem Postfach als gelöscht markiert haben, dann dauert diese Komprimierung entsprechend. Denn da werden dann auch noch andere Faktoren durchgespielt, die eben dafür sorgen, dass das Ganze wieder schneller, komprimierter läuft. Und in dem Fall habe ich jetzt hier nur eine E-Mail als unsichtbar markiert, eine E-Mail gelöscht visuell. Von dem her dauert das jetzt hier nicht lange. Ich klicke hier drauf, komprimieren. Und fertig ist das Ganze. Jetzt ist die E-Mail endgültig weg, zumindest in der M-Box-Datei. Und kann so auch nicht wieder angezeigt werden. Die E-Mail ist jetzt zwar aus der M-Box-Datei verschwunden, allerdings nur aus der des entsprechenden Accounts. In Wirklichkeit ist das Ganze nur verschoben worden. Und zwar in die M-Box-Datei des Papierkorbes. Da in Thunderbird alles mit diesen M-Box-Dateien organisiert wird, hat folgedessen auch der Papierkorb eines jeden Accounts eine eigene M-Box-Datei. Und genau dahin ist das Ganze eben verschoben worden. Da ist sie auch, lösch mich, die kennen wir irgendwo her. Und das ist praktisch, also der Papierkorb ist praktisch die letzte Anlaufstelle, bevor eine endgültige Löschung durchgeführt wird. Da könnte ich mir die ganzen E-Mails nochmal ansehen. Und wenn die E-Mail jetzt wirklich komplett gelöscht werden soll, dass sie auch nicht wieder aufrufbar ist, dann muss eben diese Löschung im Papierkorb selbst erfolgen. Und dazu klicke ich, wie vorhin auch schon, auf den Löschen-Button oder entweder rechtsklick auf die entsprechende E-Mail und sage hier Löschen. Mache ich auch gleich. So, jetzt ist die E-Mail weg. Und jetzt kann ich noch die Komprimierung ausführen des Papierkorbes. Rechtsklick, komprimieren. Dann wird eben dieser unsichtbare Eintrag, wie auch schon aus der M-Box-Datei des Posteinganges, entfernt, da sie ja unsichtbar ist und diesmal wirklich, weil es keine andere Anlaufstelle mehr geben kann, außer dem Papierkorb, von dem sie ja gerade kommt. Also wird das Ganze eben komplett gelöscht. So. Jetzt werden Sie sicherlich fragen, ja da komprimieren, da komprimieren, geht das auch nicht einfacher? Ja, das geht auch einfacher, denn Thunderbird hat da auch eine Funktion von Mozilla eingebaut bekommen, die den ganzen Konto-Account, die das ganze Account-System im Prinzip komprimiert, allerdings eben nur wieder auf einen spezifischen Ordner bezogen. Wie das Ganze funktioniert, ist auch ganz einfach. Wir klicken einen entsprechenden Account an. In dem Fall mache ich das einfach mal mit der Box 1. Gehe dann auf Datei und hier auf den Punkt Alle Ordner des Kontos komprimieren. Datei, Alle Ordner des Kontos komprimieren. Wenn ich da draufklicke, werden eben sämtliche, wie der Name auch schon sagt, Ordner komprimiert, sprich Posteingang. Der gesendet hat übrigens auch einen eigenen komprimierten Eintrag, weil das ja auch eine eigene M-Box-Datei ist, des Accounts. Und entsprechend auch der Papierkorb wird da komprimiert. Allerdings ist da wieder die Voraussetzung, dass die E-Mails auch gelöscht sind. Sonst funktioniert das natürlich nicht. Okay. Das Ganze ist übrigens auch bei Feeds der Fall. Thunderbird hat ja auch die Möglichkeit, Newsfeeds, RSS-Feeds anzuzeigen. Und wenn Sie da sagen, hey, ich will das löschen, dann wird das Ganze eben nicht wirklich gelöscht, sondern eigentlich nur als unsichtbar markiert. Und sobald eben eine gewisse Schwelle da ist, wo gesagt werden kann, gut, jetzt können wir mal wieder komprimieren, dann wird eben dieser Vorgang zum Teil auch automatisch ausgeführt. Da informiert sich Thunderbird dann entsprechend mit der Hinweismeldung, sagen, wollen Sie komprimieren, ja oder nein. Und da kann das schon mal unter Umständen 10 bis 20 Sekunden dauern, wenn Sie a. viele Newsfeeds haben und b. viele löschen. Das ist halt dann da so ein kleiner Wartezeitraum, aber der ist auch nicht wirklich schlimm. Danach läuft Thunderbird wieder recht flüssig. Nachdem die Komprimierung eben abgeschlossen ist, merken Sie das auch mit einem Hinweis. Der ist hier links unten, komprimieren abgeschlossen. Und dann ist eben diese ganze Schose vonstatten gegangen. Okay, im Großen und Ganzen war es das dann auch schon wieder. Sollten Sie noch Fragen diesbezüglich haben, dann schreiben Sie mich entweder via E-Mail an oder schreiben einen kleinen Eintrag ins Forum unter forum.atdiskvideo.de. Von meiner Seite war es das. Ich sage tschau, bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020